So, die zweite Lokomotive in unserer Farade ist die E-6903. Sie ist ein frühes Beispiel für die Elektrifizierung der Eisenbahn. Im Jahre 1912 wurde sie als LAG3 von der Lokalbahnaktiengesellschaft für die Strecke zwischen Murnau und Oberk-Ammergau in Dienst gestellt. Diese Strecke war bereits im Jahre 1904 elektrifiziert und damit die erste elektrische Vollbahn in Deutschland. Wie ihre Schwester-Lokomotive war die E-6902 für Steigungen auf der Strecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 kmh ausgeliefert. Sie hat eine Leistung von ca. 478 PS. Bis 1981 blieb die E-6903 mit zwei Umbauten und einer Zwischenstation in Heidelberg insgesamt 69 Jahre im Aktivdienst. von ihrem Personal nutzt sie die Befälle, die haben ja nicht genannt. Die E-6903 mit zwei Umbauten und einer Zwischenstation in Heidelberg 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 Die E-6903 mit zwei Umbauten und einer Zwischenstation in Heidelberg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017